so wie es sonst auch läuft aber was hat man davon ne was kriegste für belohnung jetzt haben wir hier diese banner gekriegt die belohnung lohnt sich nicht wirklich nicht wirklich und das ist ja das einzige wofür du das eigentlich spielst also am ende also außer es kommt na gut ich wollte gerade sagen tor explodieren aber da hast ja auch nur diese verschiedenen farben von den rängen das sieht ja jetzt auch nicht besonders aus wenn sie sagen also von daher muss ich mal irgendwie was anderes dass man ich würde mich erfreuen wenn du dann wirklich hier mit diesen boke bellen halten so richtig kasse belohnung ist also richtig also dass die bälle das haben ja drin aber ich gemacht ja das war jetzt eigentlich muss mich um ich habe den rückwärtsgang gekriegt das so war doch ein doob ich bin jetzt nicht gewundert wenn ich wieder so richtig was hätte weil ich wieder nicht klarkommen rückwärtsgang ja ja nein nein alter schwede ey mein herz gerade stehen den rückwärtsgang er hat wieder die schärften wieder sein still nach vorne im menü so hat das mir doch gerade dafür vor schießen richtig aber nein habe ich sei gut aus ja ich habe gedacht der trifft ist ja immer kämpfen da kennt ja auch nicht davor also du musst ein bisschen sozusagen spielen also gambling cake schon ach so ok hat das endlich wieder eingestellt weil jetzt hast du dir gedacht jetzt bringt es eh nichts mehr richtig machen rein aber nicht hinterher kein risiko für schulen sehr schön mehr wie kommen ja hier gehen da ja ich war ein scheiße reich wurde zu spät kommt ja immer zu spät ist scheiße dann willst du machen hätte ich mal dort durchziehen sollen hätte hätte dieses gelaber er scheiße ja nämlich ich glaube ich eh zu hoch gewesen und ich bin aber wenn ich tue ich habe gedacht ich hätte ihn jetzt direkt geklärt aber ich glaube ich stehe ein stück zu weit hinter gerade geht es schon wieder los auto schuld soll er mal machen weil ich die mit der spitze Das war ja sicherlich schön. Oh oh. Ah man ey, das ist zum Kopf. Hab ich. Kein boost mehr. Das sieht so bescheuert aus. Das ist ein Move-Battle. Wer verarscht wen. Oh oh. Angetäuscht. Ja. Aha. Wir hemmen da nicht mehr viel Zeit. Ja. Ja. Sehr schön. Bist du ein bisschen so lang auf den Sack hier haben wir so richtig, äh, so viel Angst vor die hatten. Ja. Ja. Das würd ich sagen. Ich geh einfach mal ran. Oh shit, das hätte er in der Hose gehen können. Auf jeden Fall interessante Variante. Ja. Fand ich jetzt auch. Okay, das war geil. Hab ich. Fuck. Oh da kommt noch Scheiße. Mach ihn. Ach. Wer rechnet denn mit sowas? Oh da hat er in den Ball jetzt weg, das war ja richtig dumm. Ja, sorry, ist mir egal. Ich hab noch wusste, ich geh. Machst du? Ich sch- Nein! Nein! Diese Stille danach. Nein! Oh, hätte ich schon mal machen können, ne? Die 10. Die 10. Hab ich. Soll ich nehmen? Ja. Ja. Das hätt ich nicht machen sollen. Schön. Schön. Ich fahr, ich fahr, ich fahr. Ja, mach, mach, mach. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, Alter, ist das so unglücklich jetzt. Hast du eigentlich eine schöne Outrate? Oh. Ja, nice. Ja komm, die gibt's doch nicht perfekt. Aber ich hab gesehen, was du machen wolltest. Das war eine gute Idee. Okay. Gegen den Parten muss ich nicht. Ja, genau. Ja, das klappt am Ende. Äh, öh, 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 öh. Äh, öh, 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 öh. Okay, nur deswegen muss ich es nicht einmal machen. Hä, ich bin doch auf Bronze? Ja. Ja. Kannst mal sehen, schon Level 37. Aber Yu, du hast ja nicht weiter gespielt, ne? Frank. Ja, aber ich dachte, ich war's noch selber. Ja. Hm. Tja. Tja. Ähm, ich geh ran. Ne, nicht mehr. Weil da ist ein Gesprung. Jetzt geh ich ran. Kannst du machen, ist frei? Ja, jetzt nicht mehr. Boah, wenn er den jetzt nicht snacket hättest, ne? Habe ich? Scheiße! Ja, der war, der, 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 ich geh das mal nicht mehr. schöner pass junger richtig geil war ja gar nicht mit dir rechnen was mir ist ja es kann dran gehen die mitte jetzt nicht fertig ach schade wieso schade na geht doch das ist aufgehoben habe ich was gerade haben wir uns oder kommt schon so nehmach war die richtige entscheidende ich habe dich zu verlassen sehr schön reichlich danke meiner sehr gut glück dass er auf mich zukommen würde sonst hätte ich die seitliche rolle auch wieder nicht gemacht wie ich eigentlich immer mal machen würde ach du was mache ich da ja Boah, sehr schön gehalten. Habe ich? Oh Gott, das ist hier ohne Ecken. Was machst du? Habe ich? Scheiße, die sind nicht der Andermann. Das war nicht meine Absicht an diesem Bereich zu gehen. Ich sag nichts. Perfekt. Wahrscheinlich habe ich es schon provoziert, als ich gesagt habe, ich sag nichts. Habe ich? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ich geh? Werk in die Mitte? Ja. Okay. Scheiße, war nicht gut. Na gut. Zack. Zack. Aus dem Weg ich jetzt nicht rannehmide. Aber hättest du den Ball im Beviso gekriegt, dann fernne ich noch. Das acht dich jetzt leicht! Nein! Unpassbar! Ich bräuchte mal wieder Boohus. Hab keinen Boohus. Ich versuch's. Scheiße. Jetzt bin ich im Geschäft, bring das Ding irgendwie in die Mitte. Ja, das war jetzt aber auch ein Fündnis. Zum Glück meinen ich so viele Tore. Ja, ich steh's ja dann auch noch ein, wenn ich mal die Möglichkeit dazu hab. Aber. Ich geh. Ja, gut. War geplant. Wofür schweißt du, Mann? Boah, wenn der jetzt Rennig haben wäre... Ich hätte dich verkloppt. Ja. 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 Ja.